ja hi willkommen mein name ist der nero lp und ich begrüße euch zum nächsten part von wegaman x8 im letzten part haben wir den großen bösen panda fertig gemacht und jetzt suchen wir uns einen anderen auszimmer platt machen ich habe jetzt erstmal gründlich nachgedacht auf welchen wir als nächstes platt machen und es soll entweder die oder die level sein ich weiß nicht ob ich es von dem hp her in dieser level schon schaffe weil die gegner machen ja doch schon relativ schaden aber ich glaube um hier weiter zu kommen braucht man die fähigkeit von dem her also um etwas versteckt zu bekommen eigentlich deswegen versuche ich mal diese level ja und die frage ist das ist jetzt eigentlich vollkommen egal wenn wir ausgehen aber auf jeden fall und ich würde mal sagen ex was macht mir seine fast noch mal weil es ist eigentlich vollkommen egal es ist nicht so eine art lauflevel gegner gegner navigator sind auch egal aber nehmen wir mal leer oder ja oder ja 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 das ist wahrscheinlich nervig von allem ich meine jetzt nicht als gegner sondern allgemein doch noch einmal ganz so viele tage in ihr seite sie muss unsere aufgabe das ist jetzt eigentlich die hier über klopp abzuschließen und ja jeder traktor hätte genau gleich macht also wird vollkommen egal sehen war genommen hätten doch ich muss immer schön finden weil auch was sonst nicht und wenn wir jetzt ihn über zwei sind nicht schaffen den titel zu erledigen dann ja dann über dem oberen verleben und hier muss ich verdammt auf weg und das ist schon durch tot sehe ich gerade der schon ein bisschen beschädigt möchte richtig gut die fücher die war abschließen jetzt werden die frau ich glaube da sonntags fahrer vor das wird aber da ist auch viel einfacher als ich dachte aber wir sind auch schon so weit weg jetzt müssen wir ihn bringen ich muss diese ja diese dinge haben einsammelang kriegt nämlich ein schub dann kann ich wieder dazu auch irgendwie habe ich nicht so viel da und wir kommen viele metall aufholen vielleicht die erste runde schon vorbei wir müssen ihn leicht getötet haben als charakter die ich jetzt ausgewählt habe das müssen wir ihn töten müssen einen verdammt verdammt aber da war es sehr schön ist so wie eine metallinie viel wert so werf ich kann ich eigentlich muss man ich muss nur versuchen ihn einzuholen aber das will da wenn man gleich ein wenig papier in den kampf hier ist nicht schlimm ich habe keine reingebaut hat in 1 und mal die erste unterliegt so gut ja so viel schon mal hier zu diesem level läuft richtig beschissen aber sie sollte auch anders sein ich war nicht schon seit der ersten runde so angeschlagen wir sind zum glück keine seltene metalle zeitlich kann ja kann ich auch die aufgabe konzentrieren und nein ich weiß nicht was er gemacht hat noch eine sind tod versuchte lieb gut ich darf nur nicht so weit hinweg sein ich weiß nicht was dieser kreisler macht was er da war ich glaube es ist ein angriff da werde ich nicht wissen das ist ja ich tue nur wegen den hp die ganze zeit weg bin das wird gleich schön wenn ihr verkehrt ja nicht wenn wir jetzt ein bisschen einfach war von einfach gemütlich weiter wenn wir so wie ich eine rampage macht und ich habe das auto aufgeschöpft hat da kommen wir sogar von der pedo was zum das ist mir zum ersten mal in diesem spiel passiert da werde ich schon verlieren vermittelt muss ja nicht punkte punkte genau hinterher fliegen ich glaube sollte er das hier oder oder gibt es kommst du jetzt ja ich denke nur ein zweimal eigentlich schafft den wert durchzufliegen und die leute so schützt zu verfallen ich kann eigentlich jetzt noch zurückgehen oder oder und jedes mal labor auf anfang dann würde ich keine leute leute aber ein bisschen zum glück krieg dich noch wollen natürlich doch überhaupt nicht nervig oder was auch immer jetzt aber überhaupt nicht ja genau das meiste vor oder waren warum sehe ich denn jetzt und dann warum und das war natürlich ich wollte eigentlich mal souverän gewinnen war nee doch mehr immer schön ja so wird schön aber schöner schön aber schön Oh man, der ist gut, der ist gut. Der sind aber nicht wichtig, ehrlich gesagt. Nein, 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 nein. jetzt habe ich mich aber selbst richtig erwartet das ist schön ja da bin ich positiv da der brennt schon ist gut ja das ist sehr gut warum war gut das war ein gold schalte es auch so lange dazu so den schalte ich aber nur neben hat wird wir jetzt nicht so schwer hey look at my bike so war da kommt da ich hoffe dass sogar noch wenn ich dann habe ich noch neu versucht gleich so fargan ich kann nicht nur spaß aber wir haben eine volle team anzeige hallo mein verlauf geladenen das ding durch das problem sein da ist schon noch so dass ich schon verdammt und das ist mein akku vom pc er geht gleich noch der pc aus soll jetzt einfach neu aufgaben da sehe ich nicht weniger lieben seite da ist glaube ich wenn man eine bestimmte waffe dann gehen die dauer ich habe ja genau zu sein geil beim ersten versuchen ja okay einmal verloren aber naja er kann ich mir direkt wieder lebensupgrades kaufen und das klassen man die welt erhalten der waffen heute ist die aufnahme wahrscheinlich dann gehen wir erst mal hier auch da kostet 3000 na gut dann werde ich wahrscheinlich von sie ist mein leben weil er geht mir an die gegner an deswegen verloren ja ich bin intelligent und ja ich hatte mal noch dafür bekommen die anderen aus so ex kann seine rüstung aufballern deswegen bekommt excel irgendwas und zwar ich weiß nicht überhaupt er hat auch keine waffen energie oder ja okay wenn das verwandelt ich weiß ehrlich gesagt nach neu versuch schützt genau ja okay dann erst mal mehr weiß ich nicht dann würde ich sagen ich beende den park hier und wir sehen uns im nächsten part diesmal sogar ohne feld geil ich bedanke mich bis zu sehen und bei